Durch all meine Schlachten im Grenzland habe ich eines gelernt. Der Pilot ist das Alphatier. Schnell und agil. Elegant und doch tödlich. Scharfsinnig. Listig. Und unaufhaltsam. Ein Pilot sieht die Welt mit anderen Augen. Bloße Wände werden zu alternativen Wegen. Piloten kämpfen anders. Durch ihre Erfahrung mit Täuschungsmanövern gelingt es ihnen, allen Widrigkeiten zu trotzen. Was einen Piloten aber tatsächlich von allen anderen Soldaten und Maschinen auf dem Schlachtfeld abhebt, ist die Verbindung mit seinem Titan. Zusammen mit seinem Titan kann er nur von einer Übermacht bezwungen werden oder von seinesgleichen. Das Grenzland war seit jeher meine Heimat. Seit Jahren wird es schon von der IMC zerstört. Sie beuten Ressourcen aus. Verschmutzen und zerstören unseren Planeten. Und schlagen jeden Widerstand gewaltsam nieder. Trotz der jüngsten Erfolge auf Demeter sind wir noch weit davon entfernt, die IMC endgültig zu besiegen. Noch bin ich ein Schütze der Miliz, die für die Befreiung des Grenzlandes kämpft und weit davon entfernt ein Pilot zu wehren. Wenn dieser Tag kommt, hoffe ich, mich als würdig zu erweisen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.